Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier ein bisschen sprechen zu dürfen bei den Datenspuren, die ich auch in der Vergangenheit immer gerne besucht habe. Und insofern ist es eine große Ehre für mich, heute hier sprechen zu dürfen, mehr oder weniger, worüber ich sprechen will. Und das wurde mir eigentlich freigestellt. Und dann musste ich mir natürlich irgendwie so ein Thema aussuchen. Und dann irgendwie sollte das noch so einen Bezug zum Titel haben. Und dann habe ich gedacht, naja, Hackers in the House, dann reden wir doch einfach mal über die Hacker. Kennt jeder? Ich fand das ganz interessant, als ich noch so ein bisschen zu dem Pressespiegel der Veranstaltungen im Voraus gesucht habe. Da stand dann so, glaube ich, in der Dresdner Morgenpost oder so, 400 Hacker in den technischen Sammlungen. Was machen die da? Und der Ruf des Hackers ist, denke ich mal, unvollständig dargestellt, wenn man jetzt so diesen Menschen mit der Sturmmaske an seinem Computer sieht. Weil das Entscheidende beim Hacken ist ja, dass man am anderen Ende auch wieder rauskommt. Und das sieht man meistens gar nicht. Also ich denke, an dem Bild der Hacker können wir noch so ein bisschen arbeiten. Und ich möchte da zumindest am Anfang mal so ein bisschen meine Sicht auf die Hacker, wenn man das so sagen kann, ein bisschen näher bringen. Kleiner Test, weil Martin sagte hier, wäre vielleicht auch fachfremdes Publikum. Wer weiß nicht, was das ist? Wer weiß, was das ist? Vielleicht einfacher, da muss man... Ja, da wird so ein Mythos wahr. Also dieses, das ist die Eingabemaske eines Commodore 64. Das war auch, das war mein erster Computer, an dem man dann so rumgebastelt hat. Und ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, dass ich in der Anfangsgeneration der C64 war. Ich war eher so in der Generation, die den bekommen haben, obwohl es schon neuere Computer gab und vor allem Nintendo-Spiele. Und Nintendo war natürlich eigentlich cooler. Also die, die Nintendos hatten, die waren, die hatten irgendwie mehr Leute, die da bei denen spielen wollten. Unter anderem, weil die irgendwie nicht zehn Minuten geladen haben, bevor man dann gesehen hat, dass das Spiel gar nicht funktioniert oder so. Und der Ruf, das heißt so dieses, das Bild der Computer-Nerds war dann irgendwie so in dieser Richtung. Man galt immer so ein bisschen als Außenseiter vielleicht, also dieser verschrobene Typ, der da an der Kiste sitzt und da passiert nichts. Da gab es dann auch noch viel, viel bösere Darstellungen. Und irgendwie waren die aber vielleicht auch so ein bisschen zutreffend. Ich meine, das sind Fotos, das war irgendwann mal so. Aber irgendwas hat sich geändert in den letzten 20 Jahren. Denn jetzt, wenn wir an Hacker denken, dann denken wir an solche Bilder hier. Und jetzt sehe ich gerade, das ist die falsche Präsentation, das sehe ich auf. Aber ich tue einfach so, als wäre, ich mache jetzt einfach mit der weiter. Eigentlich käme nämlich jetzt noch ein, eigentlich käme nämlich an dieser Stelle ein Bild von Angelina Jolie. Weil das war ja das, wie wir uns immer schon gesehen haben, schon in den 90er Jahren. Das war klar, wir retten die Welt und sind gefährlich. Aber was ist überhaupt ein Hacker? Und ich glaube, so die Definition, die sich bei vielen inzwischen etabliert hat, die ich zumindest teile, ist, jemand, der kreative Lösungen für interessante Probleme findet. Und kreative Lösungen für interessante Probleme gibt es überall. Zumindest gibt es interessante Probleme überall. Ob es da auch schon kreative Lösungen für gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt überall interessante Probleme. Und das ist mitnichten nur bei Computern so. Also klar, es gibt irgendwie so dann ein OpenSSL, eine Sicherheitslibrary, die ein interessantes Problem darstellt für jemanden, der Angriffe auf Computer machen möchte. Und dann gibt es eine kreative Lösung mit einem schönen Logo dafür. Und es gibt das interessante Problem eines Türschlosses, welches auf mechanische Weise andere daran hindern möchte, diese Tür zu öffnen. Und es gibt kreative Lösungen für das Problem, diese Tür öffnen zu wollen. Und genauso gibt es, was Martin gerade schon angesprochen hat, Verschlüsselungssysteme. Hier ist so eine Enigma abgebildet. Und es ist sicherlich ein interessantes Problem, die Verschlüsselung so einer Enigma zu knacken, was dann letztendlich den Alliierten durchaus geholfen hat, das Fortschreiten der Wehrmacht in der Welt irgendwie zu verhindern. Und da kommen wir so in diesen Bereich, wo diese Spielerei irgendwann auch wieder ernst wird. Irgendwann kommen wir an Punkte, wo wir Dingen begegnen, die wichtig sind, die weltentscheidend sein können. Aber eigentlich, glaube ich, handeln die meisten von uns aus dem reinen Spieltrieb heraus. Da ist was Interessantes, da kann ich was Lustiges machen. Wir haben im Sommer ein kleines Sommercamp gemacht im Ziegeleipark Mildenberg. Da gab es Schienen. Und es gab ungefähr dann so die Ankündigung, ja, auf dem Gelände sind übrigens Schienen und die Spurbreite ist so und so. Und irgendwie noch vor Beginn des Camps waren dann so die Ersten da und hatten, jetzt habe ich es vergessen, Drei Sine heißen die, glaube ich, oder Gesine oder sowas. Diese kleinen, normalerweise handbetriebenen, aber natürlich 2015 kann man sowas nicht mehr handbetreiben. Da kommt dann halt so ein Elektromotor inklusive Planetengetriebe drunter und dann fährt man damit auf den Schienen rum. Also dieser Spieltrieb ist irgendwie immer da und den müssen wir uns auch erhalten. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was die Hacker von vielleicht anderen Leuten unterscheidet. Humor. Das ist, als ich diese Folien vorbereitet habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich versuchen, Witze, die ich witzig finde, hoffentlich nicht erklären zu müssen. Auch beim Camp. Ich sehe schon, hier sind Hackers in the house. Sehr schön fand ich auch das hier. Also diese Dieselaggregate, die da stehen, die sind von der Firma Brede Nord mit zwei O. Und es haben sich Leute oder einzelne Personen die Mühe gemacht, wirklich jedes einzelne Schild dieser Familie in Brede, dieser Geräte, und wir hatten viele davon, in Brede Nord umzubenennen. Fand ich super. Man sieht ja auch so eine gewisse Ausdauer, auch im Detail. Dann hatten wir das Problem, dass uns die Glasfaser andauernd durchgefressen wurde von Nagetieren. Und auch dazu kann man einen ironischen Umgang pflegen. Und auch so fürchterliche Vorkommnisse wie, 5000 Menschen verlieren auf einen Schlag ihr Internet, also da muss man erstmal noch humorvoll bleiben. Und ich denke, das haben wir. Denn mein größter Spaß beim Camp war dieses Logo hier. Was es dann auch noch in dieser Variante gab, die mich irgendwie selber völlig fertig gemacht hat. Genuss. Ich habe irgendwann in den letzten Jahren gemerkt, dass es in dieser Hackerszene eine ganze Menge Genuss gibt. Muss ich mal anschauen, ein Hacker mit Kaffeemaschine. Wie lange man an so einem Gerät rumoptimieren kann. Wie weit man ins Internet graben kann, um irgendwelche besonderen Bohnen zu bekommen. Und wie schön man dann, zum Beispiel auf dem Kongress, große Kaffeestädte bauen kann, wo alle Menschen Bohnen aus aller Welt hintragen und man tauscht die Bohnen. Also dieser hedonistische Ansatz, der ist in dieser Szene drin und der überrascht mich immer wieder. Da mal ein Symbolbild auch vom Camp rausgesucht. Leider sieht man das jetzt als nicht. Ihr könnt ja vielleicht in der Aufzeichnung nochmal schauen. Da sind wir Spielen mit Seifenblasen. Auch das ist irgendwie was, was diese Szene ausmacht und was wir jetzt nicht unbedingt Seifenblasen, aber diesen Spirit brauchen wir eigentlich auf jeden Fall noch so für die nächsten Jahre, die da kommen werden. Und ja, Schönheit. In der Öffentlichkeit jetzt auch nicht das Erste, was man mit Hackern assoziiert. Aber auch hier wieder Bilder vom Camp, wie wir dort mit vielen gemeinsamen wunderschönen Dekorationen geschafft haben und wo natürlich dann jemand sagen muss, okay, wie sieht es eigentlich von oben aus? Ist das von oben auch schön? Ich nehme mal meinen Quadrokopter, haue eine Kamera drunter und fliege da hoch. Und was ich glaube, ich denke, was das Bild des Camps war, als das Gewitter über uns herzog. Auch da ist noch jemand für die Schönheit auf einen Turm geklettert, hat sich in Lebensgefahr begeben und die einschlagene Blitze fotografiert. Und natürlich ist immer von Schönheit die Rede, wenn wir über Code sprechen, ja. Ein Code wie ein Gedicht. Und da gibt es dieses schöne Buchcover, was ich zu dem Thema gefunden habe, Beautiful Code. Aber ich denke, ganz ehrlich, so mit diesem Buchtitel sind wir da auch ganz gut beraten von Katrin Passik und Johannes Jander. Teilen. Wir haben so ein bisschen in Vergessenheit geraten, glaube ich, in den letzten Jahren, weil wir irgendwie darüber sprechen mussten, wie wir uns gegen Geheimdienste verteidigen und welche Daten Geheimdienste alle miteinander teilen. Aber hauptsächlich teilen wir uns die Arbeit und auch die Früchte unserer Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch so ein absolut integraler Bestandteil dieser Szene, dass man erkennt, okay, erst wenn wir Sachen teilen oder dadurch, dass wir Sachen teilen, werden sie mehr, werden sie größer. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir vielleicht so die erste Generation oder die erste Generation Menschen sind im Kapitalismus, die das wirklich merken und wirklich lernen, dass durch Teilen Sachen mehr werden und nicht weniger. Und wir haben natürlich eine Ethik. Jetzt will ich hier nicht einen langen Vortrag über die Hacker-Ethik halten, aber ich will sie zumindest mal kurz ansprechen. 1984 hat die Stephen Levy zum ersten Mal beschrieben. Wir haben dann so, der CCC mit Wauholland hat noch ein bisschen daran rumgefucht, er hat noch ein paar Sachen daran verändert. Und was ich ganz spannend finde ist, ich habe es mir gestern natürlich nochmal durchgelesen in Vorbereitung, wir wollen Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, unbegrenzt und vollständig für alle haben. Also wir legen Wert darauf, unser Wissen zu teilen, speziell mit Kindern und Jugendlichen, speziell mit unterprivilegierten Personen. Wir wollen, dass unsere Gesellschaft gleichmäßig vom Wissen partizipiert. Es gibt viele, die das nicht wollen. Informationen müssen frei sein. Also wir wollen, dass wir alle im Besitz des Wissens der Welt sind und niemand Eigentum an diesem Wissen beanspruchen kann, auf das wir alle davon profitieren. Und Informationen, die durch die Gemeinschaft entstehen, sollen natürlich auch der Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Wir wollen Autoritäten misstrauen und Dezentralisierung fördern. Das ist etwas, wo ich mich immer frage, diese Weitsichtigkeit, das damals schon zu erkennen, wie problematisch gerade so diese Zentralisierung für unsere Projekte, für unser Netz ist. Wir haben vor irgendwie etwas über 20 Jahren mal angefangen, dieses Internet für alle zu bekommen. Und es war anfangs super, im Prinzip, dass da so ein Computer mit dem anderen reden konnte. In einem mehr oder weniger dezentralen Netz. Es gab so ein bisschen Ungleichmäßigkeiten, wie viel Rechenpower jetzt der eine Computer hat oder der andere. Und es gab vielleicht auch ein bisschen Unterschiede darin, wie viel Bandbreite man sich leisten kann in diesem Netz. Aber das Internet war wirklich so ein Dorf, in dem es noch keine Metro gab. Und diese Dezentralität geht uns immer mehr verloren. Es gibt immer mehr große Konzerne, die große Angebote haben, die Konkurrenten aufkaufen, die wollen, dass wir nur in ihrem eigenen Netz leben. Und dieser Dezentralisierungsgedanke geht so ein bisschen verloren. Es gibt jetzt immer wieder Umfragen von Menschen, die sagen, sie haben kein Internet, sie haben nur Facebook. Oder die, wenn Facebook ausfällt, ihr Prepaid-Guthaben auf dem Handy aufladen, weil sie glauben, dass sie wieder das Datenvolumen aufgebraucht hätten. Und nicht merken, dass der Rest des Internets ihnen noch zur Verfügung steht. Beurteile ein Individuum nach dem, was es tut, und nicht nach anderen Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung. Das ist was, wo wir ja seit jeher dran glauben. Die meisten von uns. Die restlichen kriegen wir auch noch überzeugt. Und Kunst und Schönheit. Diese ganze Kultur, die in dieser Szene entsteht. Ich bin jedes Mal echt begeistert und berührt. Und ja, Computer können unser Leben zum Besseren verändern. Und ich würde für die Hacker-Szene beanspruchen, dass wir diejenigen sind, die am meisten daran arbeiten. Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Gut, Ausnahmen stetigen die Regeln. Denn öffentliche Daten nützen und private Daten schützen. Wir wollen also, dass der Staat transparent für alle ist, weil er ja auch von allen getragen ist. Und wir wollen nicht unbedingt, dass das Individuum transparent für den Staat ist, weil wir da eben ein Machtgefälle sehen. Und deshalb auch unsere ganze Bemühungen und Kämpfe in den Fragen der staatlichen Überwachung. Und das ist alles irgendwie so Hacker-Ethik aus den 80ern. Und wir haben irgendwie jahrelang in unseren Kellern gesessen oder in unseren Zimmern oder in unseren Hackerspaces und haben an der neuen Welt gebastelt, haben coole Ideen gehabt, haben viele davon umgesetzt. Und irgendwie da draußen ist die Welt aber auch nicht stehen geblieben, sondern weitergelaufen. Und ein paar Sachen haben uns, glaube ich, ziemlich übel eingeholt. In den letzten Jahren, vielleicht aber auch schon viel früher. Hacker sind heute überall unterwegs. Wir treffen uns alle paar Monate mal zu Treffen wie diesen. Wir treffen uns vielleicht jede Woche mal in unseren Hackerspaces. Aber diese Welt da draußen dreht sich weiter, entwickelt sich weiter und häufig mit unserer Hilfe. Ob wir bei großen Unternehmen arbeiten, ob wir Open-Source-Software schreiben, die nachher auf all diesen Servern läuft, Wir sind wirklich in dem, und mir fällt da einfach keine bessere Metapher ein, in diesem Maschinenraum jetzt. Und wir können da relativ viel bauen, entwickeln und ändern. Und doch scheint sich die Welt nicht unbedingt in unserem Sinne zu entwickeln. Edward Snowden. Keine Keynote, ohne auf Edward Snowden und seine Enthüllung in Bezug zu nehmen. Keine Keynote, um darüber zu fluchen, wie die Massenüberwachung uns alle erfasst und dass wir das alle nicht gut finden. Aber inzwischen kann man auch mit diesen Enthüllungen eigentlich kaum mehr jemanden beeindrucken. Das ist im Prinzip einfach völlig normal. Und ich beobachte das sehr erstaunt, wie viel wir inzwischen für normal halten. Selbst ich denke irgendwie so, ach, wieder irgendeine Snowden-Sache, lese ich später. Sie haben ja jetzt herausgefunden, dass es im Prinzip nichts gibt, was sie nicht überwachen, nichts gibt, was sie nicht knacken, nichts gibt, wo sie es nicht zumindest versuchen und eigentlich auch kein Gesetz, was ihre Fähigkeiten irgendwie beschränken soll, was sie noch nicht gebrochen haben. Was soll da noch kommen? Was soll mich da noch schockieren? Was soll mich da noch auf die Straße treiben? Wir finden das völlig normal, dass dieser Mensch irgendwie in Russland verdorrt und sich Gedanken machen muss, dass er nie wieder aus diesem Land rauskommt. Wir finden das inzwischen völlig normal, dass Julian Assange seit Ewigkeiten in dieser dämlichen Botschaft von Ecuador in London festhängt. Das ist völlig okay. Oder ist nicht okay, finden wir nicht gut, aber ist normal. Wir haben uns damit abgefunden, dass diese Welt so ist, in der wir leben, dass diese Gesellschaft so ist, in der wir leben. Und wenn dann mal irgendwie ein paar Journalisten wegen Landesverrat angezeigt werden, dann regen wir uns zwar kurz darüber auf und dann haben wir irgendwie ein Riesenthema. Aber wenn das das zweite Mal passieren wird und wenn beim dritten Mal vielleicht auch wirklich jemand verurteilt wird, dann denken wir wieder, das wäre normal. Und ich frage mich, wie wir das hinkriegen, dass das nicht mehr normal ist. Schauen wir uns mal diese Landesverratssache an. Andrej und Markus haben eigentlich veröffentlicht, also hier die beiden Autoren von Netzbild.org, Konzept zur Einrichtung einer Referatsgruppe erweiterte Fachunterstützung Internet im Bundesamt für Verfassungsschutz. Da ging es um Internetüberwachung und zwar ziemlich klar und ziemlich genau. Sie haben dann sogar noch den Personalplan dazu veröffentlicht, wo dann also drinsteht, wie viele Personen, wie viele Planstellen, womit ausgestattet diese Internetüberwachung durchführen sollen. Ich denke, das ist etwas, was uns alle angeht. Und erstaunlicherweise hat das, als es damals veröffentlicht wurde, kaum jemand gelesen oder zur Kenntnis genommen, weil, ich glaube, die Vorratsdatenspeicherung angekündigt wurde, aber irgendein anderes großes Thema war, was ebenso scheiße war, was die Leute an dem Tag mehr interessiert hat, sodass eigentlich diese Nachricht untergegangen ist. Einer hat es mitbekommen. Hans-Georg Maaßen. Finden wir zum Beispiel auch völlig normal, dass so jemand über unsere Verfassung wacht? Riecht sich keiner darüber auf. Der hat irgendwie schon vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren im Innenministerium irgendwelche Gutachten geschrieben, dass Murat Kurnas keine Unterstützung mehr von der Bundesrepublik Deutschland kriegt, weil er sechs Monate außer Landes war und sich nicht gemeldet hat. Der Mann war in Guantanamo. Solche Leute finden wir völlig normal. Der zeigt also in Berlin an, dass da ein Landesverrat begangen wurde. Die Anzeige wandert hoch zum Generalbundesanwalt, der, wie wir uns erinnern, keinerlei ernstzunehmende Ermittlungen in Sachen Massenüberwachung aufgenommen hat. Gar nichts. Das Einzige, was ihn sofort interessiert hat, war diese dämliche Merkel-Handy-Affäre. Die einzige Person, oder eine der wenigen Personen in Deutschland, die echt einfach mal davon ausgehen muss, dass ihr Telefon abgehört wird. Die einzige Grund zu der Annahme hat, dass es Institutionen in dieser Welt gibt, die sich gegenüber alle Regeln hinwegsetzen und die genau sie abhören wollen, weil das lukrativ ist, weil das notwendig ist. Das war ein Skandal. Dass die einzige Person, die es im Prinzip verdient hat und dass ihrer eigenen Doofheit es zugelassen hat, die müssen wir schützen. Dass wir alle irgendwie abgehört werden, dass wir alle überwacht werden, völlig in Ordnung. Naja, also an diese Person ging dann also eine Anzeige, oder ging diese Anzeige wegen Landesverrat. Und was macht er? Nimmt natürlich sofort Ermittlungen auf. Kann ja nicht sein, dass wir in Deutschland jetzt irgendwie auch noch so einen Whistleblower haben, die irgendwelche Sachen von Geheimdiensten liegen. Kommen wir denn da hin? Nachher haben wir, guckt euch doch mal an, was dieser Snowden schon angerichtet hat. Er spielt auch noch eine Rolle. Er ist der Dienstherr von Hans-Georg Maaßen. Und ich glaube, wenn ein Behördenleiter in Deutschland sich entschließt, gegen Journalisten vorzugehen, dann wird er das nicht tun, ohne mal vorsichtig nachgefragt zu haben beim Innenministerium. Wurde uns ja dann erzählt, nee, Thomas de Maizière, der hat nichts davon gewusst. Ein paar Wochen später stellte sich das dann als Lüge heraus. Die wussten natürlich Bescheid. Und mein Lieblingsfreund, Heiko Maas, hat sich auch sehr schön angestellt in dieser Angelegenheit. Der wusste auch von nichts. Der war bestürzt und musste dann den Herrn Range zurückpfeifen. ging dann sogar so weit, dass er ihn, Herr Range sagt, ihm wurde mit der Entlassung gedroht, wenn er sich jetzt nicht dem Wunsch seines Dienstherrn beugt. Was ich ganz interessant finde, weil das offenbar, ich bin kein Jurist, ich kann das immer nur betonen, aber weil das offenbar tatsächlich nicht so in Ordnung ist, wenn sich die Exekutive Exekutive in Ermittlungen einmischt eines Generalbundesanwaltes. Ermitteln soll er wohl dürfen. Insofern hat Herr Range ja dann auch gesagt, nee, mit dem möchte ich nicht mehr, ich trete jetzt zurück. Kein herber Verlust. Und am Ende ist mir auch egal, weshalb die Leute zurücktreten, aber Heiko Maas und Thomas de Maizière stehen da irgendwie an der Stelle, wo sie mir nicht gefallen. Und wo sie irgendwie arbeiten, in eine Richtung, die einfach zumindest unseren Grundsätzen nicht entspricht und wahrscheinlich auch allen anderen ethischen Grundsätzen nicht mehr entspricht. Bleiben wir doch mal bei Herrn Maas. Das ist ein Foto von 2010. Wer weiß, was da passiert ist? Eine Person, zwei, drei, vier. Das müssen mehr wissen. Es gehört zum Mythos dieses Vereines. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil in Karlsruhe gegen die Vorratsdatenspeicherung. Also ein Gesetz, was wir damals einführen mussten aufgrund einer EU-Richtlinie. Allein wie skurril das ist. Es gibt eine EU-Richtlinie, die regeln soll, wie lange Daten gespeichert werden müssen oder dürfen zur Verfolgung von Straftaten. Und man denkt immer so, oh, komisch, warum macht denn die EU so eine Überwachungsrichtlinie? Hat sie im Prinzip gar nicht. Die EU interessiert sich immer nur dafür, Märkte zu harmonetarisieren. Es muss irgendwie bei allen, man möchte alle Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten möglichst auflösen, auf das ein freier Handel zwischen ihnen möglich ist. Und da kann es ja nicht sein, dass einzelne Länder stärkere Anforderungen haben zum Verbraucherschutz oder zur Überwachung der Bevölkerung als andere. Und das wollte man ganz gerne harmonetarisieren und hat damit gesagt, okay, europaweit Vorratsdatenspeicherung als Richtlinie. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, ja, also schaut euch mal an, dieses deutsche Gesetz, was aufgrund dieser Richtlinie erlassen wurde, das geht so nicht. Wir haben hier noch so ein paar Grundsätze in unserem Land und die würden, das fänden wir super, wenn wir die halten könnten. Und dann ging es jahrelang, war dann die Debatte, ja, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung wieder, weil sonst drohen uns ja Strafzahlungen von der EU, weil wir die Richtlinie nicht umsetzen. 2014 hat dann der EuGH in Luxemburg die ganze Richtlinie gekippt. Und wir hatten jahrelang Gejammer, dass wir Strafen zahlen müssen und Sodom und Gomorra brechen über uns herein. Alles nicht passiert. Und dann hatten wir Heiko Maas, ihr seht schon, ich mag den echt. Im Dezember 2015 stellt er sich noch hin und sagt, ich widerstehe dem Druck, ich lehne die Vorratsdatenspeicherung entschieden ab. Sie verstößt gegen das Recht auf Privatheit und den Datenschutz. Wir wollen kein deutsches Gesetz und keine EU-Richtlinie. Und ich glaube, den Tweet hat dann auch Herr de Maizière gelesen, dann gab es noch ein kleines Gespräch, wo ihm dann mal kurz zurechtgewiesen wurde. Und jetzt haben wir diesen Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz für Verbraucherschutz und für Verbraucherschutz über eine Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist. Das ist genau die Vorratsdaten, die wir schon vor Jahren hatten, die wir jetzt wiederbekommen. Da haben wir als Zivilgesellschaft, da haben wir als Szene, da haben wir als Chaos Computer Club und viele Menschen mehr jahrelang gegen gekämpft. Und wir haben riesige Demonstrationen gehabt in Berlin, wir haben riesige Berichterstattungen über das Thema gehabt, wir hatten eine riesige Rückendeckung, was den Kampf gegen diese Überwachung angeht, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren. Und jetzt kriegen wir diesen Referentenentwurf wieder reingedrückt und der wird sofort von der Großen Koalition verabschiedet und wird jetzt bald wieder geltendes Recht sein. Und wir sehen irgendwie, okay, Erfolge, die wir gefeiert haben, das interessiert die überhaupt nicht. Wir versuchen es einfach wieder, wir haben es mit Extremisten zu tun. Wir werden nicht diese Leute irgendwann loswerden. Es ist auch nicht so, dass sich diese ganzen Überwachungsextremisten jetzt, wo die Bevorratsdatenspeicherung beschlossen ist, in den Schaukelstuhl setzen und auf ihr Lebenswerk zurückblicken. Die werden als nächstes daran arbeiten, dass die Speicherfristen verlängert werden, dass die Daten, die gespeichert werden, ausgedehnt werden. Die werden nicht aufhören. Und wir haben jetzt irgendwie mit unseren Mitteln irgendwie die Möglichkeit, okay, klar, es geht wieder nach Karlsruhe. Wir werden, können uns eigentlich ganz gute Chancen ausmalen, auch dieses Mal ein verfassungsrechtlich bedenkliches Gesetz kippen zu können. Aber wollen wir das jetzt alle paar Jahre wiederholen? Es gab ja schon vor einiger Zeit die Meldung, dass die CDU sich inzwischen darüber Gedanken macht, dass man dieses Bundesverfassungsgericht ja irgendwie mal in Grenzen weisen soll. Das kann ja nicht sein, dass es andauernd die Politik behindert. Und klar, wir arbeiten natürlich nicht nur an den politischen, sondern auch an den technischen Lösungen, bauen jetzt alle unsere Torknoten aus und versuchen irgendwie so einen Rest an Anonymität und Freiheit unserer Gesellschaft bereitzustellen. Ich finde das schon so ein bisschen ein bisschen traurig. Ich hätte mir in den letzten Jahren irgendwann mal so einen Durchbruch gewünscht, wo wir mal einen Flock in den Boden rammen und sagen, das haben wir jetzt wirklich mal gesellschaftlich erreicht. Aber wahrscheinlich blicke ich da auch viel zu düster drauf, denn Hackers sind ja im Haus und sie sind überall und wir haben sie überall sitzen und wir bauen an der Zukunft und basteln daran herum und wir können da Einfluss nehmen und alle, die hier sind, können Einfluss nehmen. und wir können versuchen, uns den Spaß nicht wegnehmen zu lassen, den wir haben. Internet of Things. Im Prinzip reden wir seit jeher davon, es muss alles vernetzt werden und ja, Internet und wenn ich jetzt irgendwie, wenn meine Kaffeemaschine nicht im WLAN ist, dann schmeckt der Kaffee halt nicht und das ist halt auch so und Smart Homes kennen, also viele meiner Freunde basteln schon seit weiß nicht wie viel Jahren an dieser Heimautomatisierung rum, aber sie bauen sie selber und bauen, nutzen nicht irgendwelche Cloud-Systeme, die letztendlich über irgendeine App ihr Haus fernsteuern. Schon ein entscheidender Unterschied, ob das Gerät, was am Ende meine Haustür öffnen soll, vollständig unter meiner Kontrolle ist oder unter der Kontrolle von jemand anderem. Ob ich das selber gebaut habe oder ob das die Angestellten eines Konzerns gebaut haben, um mir ein Produkt zu verkaufen. Und ich glaube, da ist diese Hochnäsigkeit vergraben, die uns in den letzten Jahren immer wieder auch vor die Füße fällt, dass wir lange Zeit und wahrscheinlich zu großen Teilen auch heute noch nicht wahrhaben wollen, dass der Fortschritt so oder so kommen wird und dass der Fortschritt sich nicht unbedingt daran hält, ob er nun der reinen Lehre entspricht. Wir haben zum Beispiel Ewigkeiten lang gepredigt, die einzige E-Mail-Verschlüsselung, die akzeptabel ist, PGP und wenn du es nicht so machst, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Haben die Leute auf uns gehört und haben es gleich sein lassen. 20 Jahre lang oder 25 Jahre lang gibt es jetzt PGP und ab und an kriegt man auch mal eine Nachricht, die so verschlüsselt ist. Aber wir waren diejenigen, die gesagt haben, ja, wie es richtig geht und wir haben es ja auch immer gleich gesagt. Aber das Ergebnis war eben anderes und das Ergebnis ist nicht unbedingt eins, was in unserem Sinne ist. Wir haben gesagt, hostet euren Kram selbst und irgendwie hatten die Menschen halt keine Zeit, ihren Kram selber zu hosten und keinen Bock, ihren Kram selber zu hosten und ich glaube, es sei ihnen auch zugestanden. Ergebnis, alles ist in der Amazon Cloud oder so. Lachen wir drüber, finden wir scheiße. Ja, klar, finden wir scheiße. Hilft uns aber irgendwie nicht weiter. Und jetzt reden wir von 3D-Druckern und bilden uns ein, die nächste Revolution kommt. Wir haben jetzt immer so Vortragen gesagt, ja, die Produktionsmittel sind jetzt endlich in der Gesellschaft angekommen und wir werden jetzt alle 3D drucken und die großen Konzerne werden aussterben, weil wir alles selber produzieren und freies Wissen von Thingiverse runterladen und dann können wir uns nämlich unsere Gradrobenhaken selber irgendwie ausdrucken und müssen die nicht mehr bei Ikea kaufen. Ich frage mich ernsthaft, wie man davon ausgehen kann, dass Konzerne sich diese technische Entwicklung nicht auch aneignen werden. Wenn die jetzt da sitzen und sagen, Mist, die haben 3D-Drucker, okay, wir müssen zumachen. Natürlich nicht, die werden sich auch diese Techniken aneignen und werden auch diese Techniken nutzen. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass wir uns jetzt früh genug darüber Gedanken machen müssen, wie müssen die Regularien einer Gesellschaft sein, sodass wir in zehn Jahren überhaupt noch 3D-Drucken dürfen. Das wäre eher mein Gedanke. Sodass Konzerne das machen werden, klar. Dass wir das weiterhin machen werden, auch klar. Aber ob was dürfen, keine Ahnung. Ich meine, viele Sachen sind uns inzwischen verboten worden, wo ich nie gedacht habe, dass man uns das jemals verbieten würde. Kopieren von Dateien haben es uns verboten. Und so müssen wir uns irgendwie glaube ich auch dieses Internet of Things anschauen. Wir haben diese Herausforderung einerseits, dass wir diese reine Lehre vielleicht gelebt haben, dass wir auch wissen, wie geil das ist, wenn wir irgendwie unserer Kaffeemaschine von außen sagen können, mach mal einen Kaffee und sie sagt, uns geht nicht, ist gerade kein Wasser drin und man sich dann denkt, scheiße, jetzt muss ich noch ein Wasser Nachfüllroboter, aber den könnte ich relativ einfach, also diese Spielerei, das ist doch schön. Und deshalb liebe ich so Veranstaltungen wie die Datenspuren, wo unsere frohe Kunde in die Welt getragen wird, dass man solche Sachen selber machen kann, dass man sie selber machen soll und dass sie Spaß machen und dass man versteht, was technisch hinter Dingen steckt. Und gleichzeitig müssen wir glaube ich auch irgendwie uns zurückziehen darauf zu sehen, okay, und ich werde an schlechten Vergleichen nicht müde, ein Autobahnvergleich oder ein Autovergleich. Die meisten Menschen fahren mit Autos und die wenigsten wissen, wie die Dinger funktionieren. Aber es gibt Leute, die wissen, wie sie funktionieren, die teilweise versuchen, ihr Wissen in die Welt zu tragen und es gibt andere, die windige Reparaturwerkstätten betreiben. Und wir sind so ein bisschen diejenigen, die Hilft dir selbst Werkstätten bauen. Aber was ich mir wünschen würde, dass wir es schaffen, die Gesellschaft ein bisschen mehr in diese Richtung zu bringen, sich nicht nur in einer Hilft dir selbst Werkstatt die Sachen zu reparieren, die sie gekauft haben, sondern wirklich auch selber Sachen zu bauen. Und das muss nicht nur im Computerbereich sein, sondern in vielen anderen Bereichen. Und wenn ich nicht in diesem Club, dem Chaos Computer Club, immer wieder Leute sehen würde, die genau das tun, hätte ich glaube ich inzwischen meine Hoffnung verloren und wäre noch viel zynischer, als man in diesem Vortrag eh schon glauben mag. Und ich ringe jetzt so um ein positives Ende, weil ich die falschen Folien habe und das schöne Bild am Ende jetzt nicht da ist. Insofern muss ich das jetzt mal so frei beschreiben. Erhaltet euch den Spieltrieb, bleibt neugierig und strebt nach Schönheit und teilt das Wissen, was ihr habt und teilt die Privilegien, die ihr habt. Wir haben jetzt im Chaos Computer Club wieder mehr Bemühungen in dieser Richtung. Wir haben uns immer darum bemüht, aber wir versuchen jetzt noch mehr Wert auf die Nachwuchsarbeit zu legen, Kinder und Jugendliche heranzuführen und wir bemühen uns mit einer kleinen Initiative, hauptsächlich in der wir versuchen Geld zu sammeln, für geöffnete Infrastruktur bereitzustellen beziehungsweise ihnen dabei zu helfen, es selber zu machen. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass den Leuten helfen, es selber zu machen, aber das ist schwer und das ist irgendwie die Verantwortung, die auf dieser unserer Szene liegt. und wenn man auf einer Party, die von Leuten aus dem Chaos Computer Club beleuchtet wird, mit Musik bespielt wird, von Leuten, die sich dieser Szene nahe fühlen, gemacht wird und sieht, wie wir tanzen können, dann sieht man, dass wir die Guten sind und wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Ich habe leider viel zu früh, ich bin leider viel zu früh fertig geworden, aber ist auch gar keiner mehr da. Ja, ich glaube, ich gehe einfach mal von der Binde runter. von hoher haben, ich habe es aber ich kann nicht aus